Ja, mein Speicher ist irgendwie belegt. Ich muss mal kurz warten, bis das Flugzeug weg ist. Ja, meine Speicherkarte ist ein bisschen belegt und deswegen habe ich immer nur begrenzt Speicherplatz. Das ist so ein bisschen wie mit Minecraft wahrscheinlich. Ich habe nur noch begrenzt einen Speicherplatz zur Verfügung. Also, ja, das ist halt so. Also, weil ich finde das auch ein bisschen seltsam, weil... Oh, meine Waschmaschine ist noch an, ich muss mal aufstellen. Weil ich ja eigentlich ganz wenig Stromverbrauch... Ja, und dann muss ich halt mal sehen, wie das so weitergeht. Ich weiß auch nicht, die reden dann alle von Lungenschädigungen, aber knallen die Leute hier noch mit Glühm und Staub in die Hausflure. Und das sind so Sachen irgendwie, finde ich nicht okay. Also, es ist so, wie es ist. Und ja, so kommt man sich vor wie in so einem Wunschkonzert irgendwie. Wir alle müssen jetzt Gasmaske und Atemschutzgeräte hier irgendwie zur Verfügung stehen haben, ne? Weil es solche Deppen gibt, die... Nachrichten... So eine Deppen gibt... Ich muss mal... Danke. So eine Deppen gibt, die das irgendwie weitermachen, ne? Weil im Rosberg war ja genau dasselbe. Und da war das nur so. Da sind die nur so abgegangen. Das ist leider wahr. Keine Ahnung, das hat ja nichts mit Retraumatisierung oder sowas zu tun, sondern einfach irgendwie echt mit so Menschen, wo ich dann irgendwie sage, Alter, jetzt reicht das mal. Also, mir könnte ja für meine Videos leider nicht irgendwie hintenrum noch einen zuschustern, wenn ich im Grunde genommen eigentlich ja schon Bildmaterial, Bilddatei-mäßig auch ganz viel erzählt habe dazu, ne? Und ja, vielleicht ist das ja auch der bescheuerte Virus. Ich...